Musik Stellt euch mal vor, ihr habt bis vor kurzem noch einen richtig heftigen Bürgerkrieg geführt und jetzt ist endlich Waffenstillstand. Aber ihr erfahrt, dass euer Gegner gerade über eine Viertelmillion Soldaten zusammenzieht und dass er fleißig überall Waffen einkauft und dass er da, wo er das Land beherrscht, seine Soldaten bei Manövern fleißig üben lässt. Mal angenommen, ihr habt zugesagt, eure Waffen abzuziehen. Würdet ihr nicht vielleicht ein paar mehr an den guten Stellen stehen lassen, damit ihr bei einer bösen Überraschung noch eine Chance hättet? Dumm nur, dass es die anderen als Betrug sehen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Journalist. Ihr habt für euer Land einen Fernsehsender in Deutschland und wollt natürlich gut für euer Land Werbung machen. Es liegt Böses in der Luft. So sucht ihr Verbündete und findet ausgerechnet lauter Rechte. Eigentlich müsstet ihr als Russen wissen, dass rechte Deutsche für ein Frieden mit eurem Land nicht wirklich gut sind. Klar, die von heute haben keine braunen Hemden an und finden die EU scheiße. So wie ihr. Aber mache ich mit solchen Helfern echt gute Stimmung bei anderen Deutschen? Und können Nazis überhaupt gut zum Frieden machen sein? Dumm ist, dass sie es noch nie waren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Politiker. So einer aus Deutschland. Vor einem Jahr noch habt ihr gedacht, ihr könnt die Ukraine ohne Probleme in euren Westladen reinholen. So als Kunden für eure Wirtschaft. Vielleicht geht es den Leuten ja dann besser. An Krieg hat da natürlich keiner gedacht. Nur an ein paar Straßenschlachten. Aber das kennt ihr ja. Als die auf eurer Seite dort einen gewählten Präsidenten beiseite schaffen mussten, habt ihr schnell weggeschaut. Als dort überall Nazis rumgelaufen sind. Einfach weggeschaut. Kennt ihr ja. Aber jetzt läuft da echt alles aus dem Ruder. Den Leuten geht es nicht besser. Den Leuten geht es schlechter. Dort gab es einen Massaker. Einen Bürgerkrieg. Immer mehr Soldaten. Die Gefahr eines großen Krieges. Euer großer Bruder schüttet auch nur noch Öl ins Feuer. Oder dumm ist, einfach nur jetzt noch weiterzumachen. Und jetzt am Schluss stellt euch vor, ihr seid wieder ihr selber. Ihr habt immer gedacht, das läuft mit der Politik im Osten richtig. Weil in eurem Fernsehen wird euch das ständig erzählt. Aber durch einen Film bei YouTube von so einer russischen Blondine habt ihr begriffen, dass das alles nur eine Sache des Blickwinkels ist. Und dass eigentlich alles super schlecht laufen könnte, wenn ihr nicht bald etwas dagegen macht. Und dass das, was andere tun, oft wenig bringt. Und bevor ihr deswegen loszieht, teilt doch noch schnell das Video dieser russischen Blondine. Damit andere Leute dasselbe verstehen wie ihr. Und dann tut ihr natürlich auch alles andere, um diesem Video zu helfen, dass es ganz viele schauen. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020